Musik Wir sind heute zu Besuch beim Seminar Führung Kompakt. Ich begrüße heute neben mir Herrn Dr. Matthias Hettl, den Seminarleiter. Herr Dr. Hettl, was lernen denn die Teilnehmer Ihres Seminars Führung Kompakt? Wie der Name schon sagt, wir haben ein Seminar, das ist sehr komprimiert. Wir fangen also an beim Thema, wie Mitarbeiter im Prinzip Freude ihren Herausforderungen beegnen können. Verschiedene Kompetenzbereiche, die wir uns da anschauen. Dann hangeln wir uns sozusagen durch, durch ein Thema Führungsstile. Wie kann ich als Mitarbeiter, als Führungskraft meinen Führungsstil optimieren? Mitarbeiter bzw. die Teilnehmer bekommen dann auch entsprechenden Feedback zu ihrer Führungsstileffektivität. Wir haben ein Thema dabei, da geht es um Mitarbeitergespräche. Es gibt ja oftmals schwierige Situationen und da erhält der Mitarbeiter, also die Teilnehmer erhalten entsprechenden Feedback. Dann haben wir ein paar dabei, da geht es um das Thema Zeitmanagement. Hat jede Führungskraft immer ein Problem sozusagen? Wir haben auch noch ein Part, da geht es um, wie führe ich Teams? Und dann haben wir einen ganz interessanten und wichtigen Part dabei, da geht es um die eigene Persönlichkeit. Jeder ist auch eine Führungspersönlichkeit und mich besser selber erkennen und aber auch andere besser erkennen. Das sind so die wesentlichen Punkte im Kern. Es gibt viel, viel mehr, aber das haben wir auf den Punkt gebracht. Das zum Thema Inhalt. Was erwartet denn die Teilnehmer im Seminar, was sie zu Übungen und so weiter betrifft? Ja, wir machen einige Übungen, gerade sind die Teilnehmer auch in der Übung Gesprächsübung. Wir haben eine ganze Reihe von Werkzeugen und Tools, das heißt also Führungstools. Die Teilnehmer bekommen einen Führungskompass. Die Teilnehmer erhalten eine ganze Reihe von Checklisten, wo sie im Prinzip nochmal nacharbeiten können. Es gibt einen Führungskompass, es gibt einen Persönlichkeitskompass. Wir haben auch ein Hörbuch für die Teilnehmer, also es ist ein Rundumpaket, deshalb heißt es ja auch Führungkompakt. Eine Frage habe ich dann noch, an wen richtet sich denn dieses Seminar? Also das Seminar ist relativ im Prinzip für Führungskräfte der verschiedenen Ebenen ausgelegt. Das fängt also an bei der ersten Führungsebene, Abteilungsleiter, Bereichsleitungen. Das sind die Führungskräfte, Projektleiter, gibt auch mal Führen ohne vorgesetzten Funktionen. Auch die sind herzlich willkommen. Die bekommen alle den entsprechenden Eindruck und Einblick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017